So, hallo und willkommen zurück zu Stars End. Ja, ich habe bis jetzt leider immer noch kein Bären gefunden, aber ein interessantes Flugfeld. Mit der Hoffnung, dass es vielleicht einen Bären gibt. Ui, jupp. Und ganz viel Müllsäcke, wie ich das sehe. Oh ne, das sind irgendwelche Steine. Heps, danke. Es bietet sich einfach an, so Counter-Strike-mäßig oder so, hier so PvP-ähnlich. Okay, und ein angenehmer Nebeneffekt durchs Neustarten oder auch nicht angenehm, wie ich festgestellt habe, die Ressourcen sind neu gespahnt. Erschließen. Akku-Akku-Kraut, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Tatsache. Trafit-Ohr. Okay. Iron-Ohr. Dann gehe ich das andere verticken. Hier gibt es Trafit und Iron. Ah ja, und noch ein angenehmer Nebeneffekt, das habe ich auch eben festgestellt. Also wir zählen. Und wenn wir Q drücken, switchen wir auf die andere Seite. Und E wieder auf die andere Seite. Und das ist ganz nett. Da wird hier Eisenerz ablegen allesamt. Trafit-Erz ablegen allesamt. Sagt unser Gewicht. Ja. Cool. Also hier kriegen wir so den ganzen Arsch voll. Diese Nichts kennen wir. Wenn irgendeine Miene zu sein. Verlassen. Ja, ich spiele die meiste Zeit in einer anderen Ansicht, weil so unspektakulär. Ich finde es aber so ein bisschen angenehmer. Obwohl ich eigentlich nicht so derjenige bin, der so gerne so Spiele spielt. Aber mir gefällt es mir besser. Und ja, ich habe jetzt verschiedene Sachen probiert. Ihr müsst tatsächlich das gesamte Spiel abschalten. Und dann wieder einschalten. Dann geht halt alles ganz gut. Für eine bestimmte Zeit. Jetzt hoffe ich, dass sich mal hier ein Bären oder sowas, wenn irgendein Viech was Fell gibt. Und dann weiß ich auch noch nicht, ob ich hier einen Rucksack als erstes baue oder den Sattel. Ich denke, der Rucksack wird wichtiger sein. Wir können ja aktuell nichts weglegen, storen, irgendwo lagern. Jetzt sollte ich auch einfach anfangen, ein Haus zu bauen. Aber dann blieb mir ja auch nur alles auf den Boden zu schmeißen. Und dann in der Hoffnung, dass es nicht riesbahnt. Äh, desbahnt. Sagen denn unsere Pfeile? Hm, 47. Da kriegen wir doch ein paar Bären mit klein, will ich hoffen. Und die Hitboxen sind super. Ich habe jetzt noch kein Hitbox-Problem gesehen, gehabt. Nicht so wirklich. Vielleicht lacht da erstmal das Hauptaugenmerk drauf. Ja, es gäbe jetzt unsere Ausdauer. Jagekreaturen, um Fell von ihnen zu bekommen. Ja, ich suche ja, aber... Diese trostlose Gegend beherbergt nicht allzu viele Tierchen. Da sind so Steinchen wieder, wie ich abgebaut hatte und dann Salz bekommen hatte. Die weißen. Hm, also irgendwie sehe ich nichts von Bären. Verflucht, wo war der denn? Wir hatten schon welche. Ich habe mich ja fern von denen gehalten. Ich würde mich echt schrecklich gerne auch noch bauen. Ah, da waren wir am Anfang, glaube ich, extra hochgeschrammelt. Dann sollten wir jetzt nicht weit weg sein von den Bären. Weil die waren uns am Anfang ja ganz gut begegnet. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Dass die kleine Umhängetasche natürlich nicht so viel reinpasst, ist auch klar. Deswegen will ich ja den richtigen Rucksack haben. Wenn wir genug Bären finden, werden wir beides hinkriegen. Aber erstmal finden vor Lachen. Brauche ich auch gar nicht genau mit der linken Alt-Taste. Ich kann es jetzt viel umgucken, während ich weiterlaufe. Okay. Flimmert aber immer so einen kurzen Augenblick, ne? Ja. Wenn es zurückspringt, wenn ich gerade sitze. Auch, okay. Ja, was? Da ist er. Der ist ja um viel schneller als wir. Und kann so richtig was wegstecken. Puh. Prost, Fleisch. Bald, junges Körper. Nur ein junges? Also Fähkriegse von denen ja wohl nicht. What the heck? War nur ein junges? Scheiße. Ergekreaturen von ihren Leichen zu erhalten. Moment mal. Leiche noch da? Was anderes ausprobieren. Na ja, Messer. Ne, geht nur looten. Hm. Axt. Ne. Okay. Hm. Da musst du aber viele Kreaturen jagen. Jage Kreaturen, um Fähl von ihren Leichen zu erhalten. Nicht easy. Nee. Oh, Satzschüssel. Oh, mein Turm. Hm. Ich lasse mal versuchen, einfach irgendwie Geld zu machen. Und dann den Rucksack zu kaufen. Aber jedes Mal zur Station hoch zu juggeln, ist auch nicht cool. Da war der E-Mail-Client noch an. Musste ich zurechtschneiden. Tut mir leid. Da ist ein Pferd, was ich fordern könnte, wenn ich noch Fell hätte. Kriege ich das nicht auch umlegen? Können wir mal ausprobieren. Ne. Epsid ne zu aus. Das hat er nicht gefunden. Ja, ja. Ich hab ja keinen. Überschuldet. Ne. Pferde stehen hier rum. Das ist schon das dritte, glaube ich. Aber mir fehlt das Fell dazu. Um den überhaupt herzustellen. Ah. Herstellen. Überleben. Ja. Da bist du, glaube ich, mit Looten besser bestellt. Kommt schon. Zeigt euch. Mit dem Rucksack und dem Pferd. Ein knallrotes Gummiboot. Manchmal hast du ein Overspahn. Und hier in dem Spiel hast du echt ein Anderspahn. Da ist er. Verflucht ist der schnell. Geil. Bitte Fell. Ach, geil. Okay. Also das ist nicht immer drin. Ah, interessant. Scheine ich jetzt im Bärengebiet zu sein. Immerhin etwas. Wieder ein Hotte. Und noch ein Hotte. Okay. Boah, jetzt haben wir erstmal Bären. Bären. Na nun? Also. Ich bin wunderbar, warum die Tasche jetzt so leer ist. Ach so, mein Lagerfeuer hatte ich wiedergefunden. Das war in der Tasche dann. Plötzlich nach einem Neustart. Ob ich es vorher übersehen habe oder nicht. Ihr wisstet besser. Okay. Viele Pferde. Aber schon ganz schön anstrengend. Aber gut, muss ja nicht immer alles leicht sein. Leichte Spiele, wo man alles schnell erreicht hat. Aber mehr als massig. Mehr als genug. Okay. Büsche sehen aus wie Bären. Aber es sind Büsche. Die scheinen sich nicht einfach so in der Wildnis rumzutreiben, sondern eher in der Nähe von Strukturen. Oh, ein Riesenschiff da oben. Da sind wir im Übrigen angekommen. Ich würde jetzt auch mal so einen Kolossus versuchen umzulegen. Da hat er ja auch Fell. Und wenn ich dann... Oh, ich muss noch was trinken. 57, das reicht. Erfrischend. Da ist so ein Kolossus. Und der scheint sich mal richtig zu bewegen, ne? Wow. Habe ich keinen Verband? Ach, da. Oh. Ach, der Sack hat da echt auf mich gewartet. Ein bisschen schlauer anstellen. Wenn hier so reinziehen. Vielleicht geht das. Mit meinen HPs geht es eigentlich noch gut. Er kann da einfach drüber laufen. Ich habe es fast geahnt. Ich habe ihn erlegt. Ufankörper. Jipp, der hat auch Fell. Aber den zu zerlegen hat schon seinen eigenen Reiz. Boah, ich bin fast deaf. Nahrung nach der Mahlzeit. Zubereitet werden kann. Essensdrucker. Essensdrucker. Okay. Egal. Daher hat er nicht die HP. Aber. Ich kann jetzt den Sattel oder den Rucksack herstellen. Ich bin für den Sattel. Da. Bräuchte man noch drei Fell. Aber mit so wenig HP. Gucken, ob Wasser uns auch ein bisschen hoch pusht. Ne, wir heilen einfach nur Oberteil. Okay. Also wird das alles ein wenig dauern. Aber. Wir haben jetzt einen Sattel. Gehen wir mal gucken, dass wir ein Pferd kriegen. Aha, aha. Aliens. Beanspruchen. Kraftzelle erforderlich. Orbital Mining Fahrzeug. Umgebaut der Landekapsel. Wird für den Abbau von orbitalen Asteroiden und Weltraummüll verwendet. Wird für die Gewinnung von Kupfer, Quarz, Platin, Uran aus Orbitalen. Oh, cool. Schauen wir mal Kraftstoffzellen. Nicht schlecht. Schauen wir mal, dass wir jetzt ein Hotemats kriegen. Haben wir jetzt einen Pferdesattel, ne? Ja, da oben. Sehr, sehr cool. Wir sind ja schon Pferdchen geritten, aber wir haben noch nicht unser eigenes gehabt. Das freut mich immens. Oh, diese Urlaubs oder wie die da hießen. Das Riesenvieh? Das kann schon was, wa? Junge, Junge. Zwei, dreimal eine eingeschenkt, dann ist der Ofen aus. Kann man denn eigentlich... Wenn, als letzten Ausweg, wenn sie verschluckt, stirbst du sofort und kannst erneut spawnen. Du verlierst alle Gegenstände. Tatsächlich eine Selbstmordpille. Ne, kann man nicht das anlegen. Oh, muss man immer rein. Nicht so geil. Du kannst auch nicht einfach austauschen. Zack. Zack. Wenn ich besseren Zugriff drauf habe. Gucken wir uns erstmal ein Pferdchen. Gucken, wie lange das lebt. Oh, Half-Life. Wir heilen über Zeit. Das ist über Zeit. Das ist echt cool. Es gibt natürlich keine Speicherungsmöglichkeit, ne? Wenn tot, dann... Wenn kacke, dann kacke. Da ist eins. Jetzt bin ich aber gespannt. Ach, du Scheiße. Das musste ja jetzt so sein. Das ist so klar. Ich würde die gerne jagen, weil die geben ja Fell, ne? Flucht. Okay. Du kannst vom Tier aus leider nicht schießen. Das hatte ich ja schon mal probiert. Guck mal, das ist ein Meer oder sowas. Ist ja geil. Was, das Vieh hat schon keine Ausdauer mehr. Okay, das regt die Ausdauer. War ziemlich schügig. Muss wohl nicht versorgt werden, ne? Ich auch nichts gegen. Habt ihr eben Wasser getrunken, ne? Wenn das Fahrzeug unbenutzt bleibt, wird es nach 48 Stunden verschwinden. Filter mit Brackwasser. Sehr geil. Was? Oh, die Testsvehikel. Mehr kannst du damit nicht machen. Ne, nur einmal F drücken, ansonsten ist es nicht. Ah, springen kostet so unglaublich viel Ausdauer jetzt hier. Ich verstehe. Ja, jetzt müssen wir nur noch eine Möglichkeit finden, Sachen zu storen. Sie besorgen dir drei leere Wasserflaschen. Drücke Taste N, um Wegpunkt zu aktivieren. Ach, guck mal an. Ach so. Ah, juhu. Okay. Ziel besorgen dir drei leere Wasserflaschen. Drücke Taste N, um Wegpunkt zu aktivieren. Reise nach Clayton Town. Plündere Wohnhäuser, Müllton und andere Behälter. Oh, nach Clayton Town. Solomons Redemption. Äh, Clayton Town habe ich noch nicht gewohnt. Ich denke, dafür müssen wir zum Spaceport. Machen wir das. Aber den Sattel kriege ich nicht mehr wieder. Äh, äh, äh. Clayton Outpost. Doch, da ist es. Ich drücke immer wieder leer. Na gut, wir können etwas zügiger reisen. Aber ich wollte ja eigentlich auch den Rucksack haben. Deswegen heißt es eigentlich alles oder nix. Ich muss die Dicken da noch umlegen. Hm, hm, hm. Dann muss das so sein. Pferd hat keinerlei weiteren Interaktionen. Nee. Pack's mal am Wasser. Nee, da scheint keine Grundagro zu haben. Ich die Agro gemacht. Okay. Machen wir erstmal die Wegpunkte aus. Checken, wie viele Pfeile wir noch haben. 21. Kriege ich vielleicht noch einen mit umgelegt. Ich will einen guten Punkt suche, wo er nicht an mich rankommt. Da oben ist auch einer. Alles suboptimal. Ich will echt den Rucksack. Nee, da geht's nicht. Hier würde gehen. Okay, cool. Was ist mit dem ab? Ist er aus seinem Spawngebiet oder was? Ist aber nicht so cool. Ja, der ist sich nicht so sicher, was er treibt. Jetzt kommt er. Das ist doch eine Sauerei. Boah. Du Asch. Ich hab wieder einen Cut, ne? Das sieht ehrlich gesagt nicht nach Treffern aus. Nee, ist jetzt nicht. Machen ja auch so komische Geräusche, wenn die treffen. Der trifft. Okay. Mitten in der Animation abgebrochen. Fell. Eins aber nur. Und ich hab nicht einen Pfeil mehr. Fehlen mir die Feuersteine. Da muss ich noch zwei Stück für umlegen. Das ist echt crazy. Okay. Das Mund hat Mund und so, ne? Wieder ein paar Steine klopfen. Es tankt noch nicht mal das Oster auf, wenn man nicht drauf sitzt. Okay. Hier waren noch ein, zwei von den Riesen. Aber die scheint eine verlässliche Fährquelle zu sein. Allerdings fressen die aber auch, ne? Jetzt suchst du Steine. Jetzt findest du keine Steine. Ja. Da oben sind welche, glaube ich. Hm. Ja. Hier sind welche. Wo ich sitzen bleiben muss, wenn ich nachher flüchten muss, bebringt der das nischt. Zack, 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 zack. 90, 100. Ah, elegant abgestiegen. Und wenn kann ich jetzt... Oh nein, die sind nicht harviste. Oh, nee. Warum nicht? Ne, sind sie nicht. Ich verzeige nicht. Der auch nicht. Da hinten steht ein Hotte. Okay. Lenken ist auch nicht mit der Maus. Muss auch mit A und D. Zack, 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 zack. Auch nicht. Ach, komm schon. Das tut doch nicht Not. Gut. Fünf. Auch der nicht. Hm. Hm, 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 hm. Braucht drei, vier Feuersteine bestimmt. Hört sich noch nicht viel an, aber... Wenn das weiter so geht... Dann, äh... Kann das schon einen Augenblick lang dauern. Doch, er ist... Okay, dann sind die anderen auch Harvestl. Ah, ich weiß warum. Ja, meine UI. Na toll, ich hätte nur mal weiterkloppen müssen. Naja, und so können wir immer mehr holen. Ablegen, ablegen, herstellen. Öh, Feuerstein habe ich nur einen. Okay, das hat mit der UI-Einstellung zu schaffen. Okay, mein Fehler. Auch die vorher. Ja. Aha. So sieht also der Feuerstein aus. So, wo sind denn die Pfeile da oben? Zwölf. Das reicht nicht mal für einen. Ah, da liegen da so Päckchen rum, ne? Ja. Ähm... Rumdrehen. Boah. Wie ein LKW wenden. So, damit das nicht so lange dauert, habe ich das jetzt mit einer Pausenfunktion gemacht. Ich habe mir jetzt mal hier die großen Verbände hergestellt. Denn die Gesundheit und Stellen einen großen Teil deiner Gesundheit wieder her. Die habe ich mir gemacht, nach hier vorne gelegt. Die normalen habe ich auch. Es gibt sogar noch verbessere Verbände. Allerdings brauchen die dann Salvos. Ähm... Und 60 Pfeile. Ähm... Mit den Stofffetzen. Man sollte eigentlich nur so viel im Inventar haben, wie man für sein Crafting-Produkt braucht. Deswegen hier. Beim Pfeile merken habe ich gesehen, dass der zum Beispiel 20 Stofffetzen verbraucht hat. Obwohl ich dank fehlenden Feuersteinen nur einmal den Pfeilsatz machen konnte. Ähm... Deswegen habe ich jetzt die Fasern in der Tasche und baue immer nur die Stofffetzen, wie ich sie gerade für mein Vorhaben benötige. So, jetzt sollten wir noch ein, zwei von diesen dicken Dingern umlegen können. Sofern ich mich richtig zurückbewege, aber ich habe extra das Pferd immer in die Richtung geparkt. Ja, mittlerweile ist auch Nebel aufgekommen. Eultank, das ist ja alles schon mal ganz richtig. Das Pferd wird für jeden Kack selbst bereiten. Du kannst nicht dem Pferdchen sagen, ja komm, folgst du mir mal. Nö, das ist nicht. Hier hätten wir schon mal einen von den Trollobolus, oder wie sie auch immer hießen. Also mit den 48 Stunden Verschwindibus finde ich auch ganz gut. Muss ja nicht alles immer ewig erhalten bleiben. Oh, komm mal her hier. Fett die Match. Back, back, back. Ich habe schon halt nicht echt lange Arme. Ne, das geht so nicht. Können wir nicht dulden, ne? Das scheint aber zu klappen. Dürft aber mal langsam. Erledigt. Wäre doch schön, wenn wir die Pfeile zurückbekämen, aber naja. Ey komm, jetzt lass mich looten. Komm, mach kein Scheiß. Ah, da ist er. Dreimal Fell. Denn ihr wollt garantiert genauso wie ich sehen, was das mit dem Rucksack auf sich hat. Wir merken, wir können 2500 Einheiten tragen, was auch immer. 4.000. Oh mein Gott, das hat sich gelohnt. Das ist schon um einiges besser. Das gefällt mir. Oh, der sieht sogar gut. Guckt euch den mal an. Ja, super. Der sieht auch noch cool aus. Na dann, äh, ist besser gelaufen als gedacht. Dann von meiner Stelle. Danke fürs Zusehen. Bin gespannt, was ihr so von dem Spiel haltet. Ich habe bis jetzt natürlich noch nicht eine Folge draußen. Jetzt ist Sonntag. Natürlich habe ich dann schon hochgeladen, aber die sind noch nicht veröffentlicht. Deswegen bin ich echt gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin jetzt mega zufrieden. Jetzt läuft das schon seit rund... Ah, anderthalb, zwei Stunden ungefähr. Ohne Neustart. Wieder richtig rund. Alles cool. Wir haben Pferd. Wir haben Rucksack. Das ist geil. Mal gucken, was wir noch machen und wie weit es überhaupt noch geht. Aber ich bin noch ein wenig motiviert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Okay, ich habe auch aufgenommen. Und hier an der Stelle nochmal schnell ein kurzer Nachtrag. Wenn ich das eh noch schneiden muss, das Material rausgefunden. Die einen oder anderen werden das vielleicht schon wissen, aber... What the heck? Du kannst hier dein Metall direkt rauspolen. Deswegen sind manche Sachen auch verschwunden. Und da kriegst du gar nicht mal so knapp raus. Das ist Scrap Metal, was ich hier immer zu Fuß aufgehoben habe. Wo ist denn hier? Altmetall, ne? 12, wir mal gucken. 13, ja. Die Dinger. So, jetzt aber endgültig Schluss und bis zum nächsten Mal.